Es ist so eine Sache mit den Atmern. Der eine schneidet zwischen den Atempausen alles raus, der andere versucht die Atmer zu reduzieren. Und wiederum andere lassen die Atempausen wie sie sind. Ich bin da ganz in der Mitte, weil ich glaube, dass sich unsere Stimme authentisch anhört, wenn man die Atmer etwas leiser macht. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie ich das mit einer etwas unkonventionellen, aber sehr effektiven Methode in Audacity bearbeite. Ich bearbeite die Atmer in Audacity mit dem Effekt Normalisieren. Als erstes ermittle ich durch Ausprobieren den Wert, um den ich mein Audio in den Sprechpausen reduzieren will. Erfahrungsgemäß liegt dieser Wert so bei minus 45 bis minus 50 dB. Dann markiere ich die Sprechpausen und wende den Effekt an dieser Stelle an. Und das wiederhole ich in allen Sprechpausen. Wenn man den Wert einmal ermittelt hat, kann man so auch längere Audiodateien schnell bearbeiten. Die Sprechpausen. 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 Die Sprechpausen.